Lebensraum für Fische gestalten. Angler, Behördenvertreter und Verbandsmitglieder informieren sich noch bis morgen in Jena über Fischartenschutz und Gewässer. Ziel seien möglichst viele Arten. Weil sich Fische in vielen Gewässern nicht mehr richtig fortpflanzen können, fordert der Verband für Angeln und Naturschutz Laichplätze, die mit Hilfe von Anglern geschaffen werden. Die Artenschützer hoffen dafür auf Fördermittel vom Land.